Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch kein Challenge-Video, kein Tutorial oder Guide, keine News und auch sonst kein Video-Format, welches ihr von mir schon kennt. Heute mache ich Werbung, und zwar eiskalt von der ersten bis zur letzten Sekunde an. Und zwar wofür? Für unseren lieben Zeitvertreib Anno 1800. Für alle, die ohnehin schon immer fleißig meine Videos schauen, renne ich hier sicherlich offene Türen ein. Warum sollte ich da noch Werbung für ein Spiel machen, was die Zuschauer ohnehin schon begeistert spielen? Das wäre sicherlich sinnfrei, und es ist auch nicht mein Ziel, mit diesem Video meine treuen Follower zu erreichen. Deshalb habe ich aber genau für diese Follower, die dieses Video ja zuerst schauen werden, direkt einen Kampfauftrag. Teilt dieses Video bitte mit allen, die ihr kennt. Egal, ob sie Anno schon einmal gespielt haben oder nicht. Je mehr Menschen es schauen, desto besser. Denn in diesem Video liefere ich allen Interessierten sieben gute Gründe, warum man genau jetzt mit Anno 1800 neu anfangen sollte, auch wenn man es noch nie gespielt hat. Also, Endgerät raus und Video teilen, was das Zeug hält. Und jetzt genug Vorgeplänkel, hier kommen meine sieben Gründe, warum Anno genau jetzt ein Versuch wert ist. Mein erstes Argument sind die geringer gewordenen Kosten. Ich persönlich habe mir sowohl das Grundspiel als auch sämtliche DLCs beziehungsweise Seasons und auch sämtliche Kosmetik-Packs zum Release geholt. Wenn ich das alles zusammenrechne, habe ich in den letzten fünf Jahren mehr als 200 Euro in dieses Spiel investiert. Ich persönlich bereue keinen einzigen ausgegebenen Cent, versteht mich bitte nicht falsch. Das Spiel ist dieses Geld meiner Meinung nach wert. Und wenn ich meine gesamte unterhaltsame Spielzeit gegenrechne, bekomme ich selten ein so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für meine Freizeit. Doch Anno ist schon fünf Jahre auf dem Markt und somit gibt es Angebote wie Sand am Meer. Egal, ob man sich das komplette Spiel wünscht oder nur noch nach einzelnen Erweiterungen sucht, wenn man hier ein wenig Geduld beweist und die Augen offen hält, findet man wirklich gute Schnäppchen. Sämtliche Spiele-Stores, egal ob Steam, Epic oder sogar der Ubisoft-Store selbst, haben sehr regelmäßig Rabattaktionen, sodass das Grundspiel selbst, DLCs oder ganze Bundles für deutlich weniger Geld über die Theke gehen. Hier habe ich zum Beispiel heute ganz spontan von Amazon ein Angebot für die Jubiläumsausgabe gefunden. Diese erhält das komplette Paket, alle Season-Packs und sogar alle 16 Kosmetik-Packs plus einiges an Bonus-Material und ist gerade für 57 Euro zu haben. Das muss jetzt nicht das beste Angebot aller Zeiten sein, was ich euch hier gerade zeige, aber es zeigt, dass man für das komplette Spielvergnügen bei weitem nicht mehr so viel Geld hinlegen muss wie zum Release. Und selbst wenn das noch zu viel Geld fürs einfache Ausprobieren ist, veranstalten Plattformen wie Steam oder Epic oder Ubisoft grundsätzlich regelmäßige Free Weekends, an denen man das Spiel zumindest mal gratis für ein ganzes Wochenende ausprobieren kann. Perfekt für eine gepflegte Proberunde und danach ist man vielleicht etwas schlauer, ob sich ein Kauf vielleicht doch lohnt. Mein zweites Argument ist, das Spiel ist fertig. Das Spiel ist genau das Gegenteil eines Early Access Spiels. Der neueste Spieletrend ist ja inzwischen, dass man Spiele am liebsten schon spielt, bevor sie überhaupt fertig sind. Manchmal funktioniert das gut und die Entwickler haben auf diese Weise die Möglichkeit, eng mit der Community zusammenzuarbeiten. Aber so manch ein Hype um Spiele reißt hingegen schon wieder ab, bevor sie die Early Access Phase überhaupt verlassen und tatsächlich vollständig entwickelt sind. Es gibt sogar Spiele, die sich schon seit Jahren im Early Access befinden und wo tatsächlich so langsam fraglich ist, ob sie überhaupt noch fertig werden. Anders bei Anno 1800. Wer jetzt anfängt, bekommt ein vollständiges Spiel, denn die Entwicklung ist nach fünf Jahren und zig Game Updates abgeschlossen. So schön und spannend neue Erweiterungen und große neue Features durch Game Updates oft auch sind, können sie auch der Ausgangspunkt für Frust sein. Verlangen sie doch manchmal einen Neustart, wenn man den aufwendigen Umbau älterer Spielstände für neue Inhalte umgehen will. Ich weiß gar nicht, wie oft ich neue Spiele angefangen habe, weil neue Inhalte oder neue Features für mich einen Neustart schmackhaft bzw. teils auch einfach im Kopf notwendig gemacht haben. Und das kann einem bei Anno 1800 nun gar nicht mehr passieren, es sei denn, man will selbst einen Neustart. Und darüber hinaus habe ich durch die Vollständigkeit des Spiels nun auch die Möglichkeit, das Spiel so zu spielen, wie ich es gern haben möchte, wie es mir also persönlich am meisten Spaß bringt. Egal, ob ich lieber die herausfordernden Szenarien spiele und immer wieder auf Belohnungsjagd gehe, um meine eigenen Bestleistungen irgendwann zu übertreffen, oder ob ich einfach ein ganz entspanntes Endlosspiel beginnen möchte, ohne Zeitstress, ohne Gegenspieler, einfach nur friedfertiges Muckeln. Ja, bis hin zu den schwierigsten Spieleinstellungen und den härtesten KI-Gegnern, die einem durchaus die Hölle heiß machen können, ist hier schlichtweg alles möglich. Und selbst Spielern, welche die Wirtschaft komplett ignorieren wollen und sich lieber voll und ganz dem Schönbau widmen möchten, bietet der Kreativmodus inzwischen eine fantastische Plattform, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich bin mir sicher, dass durch die vielen DLCs und Szenarien und Features, welche inzwischen alle veröffentlicht wurden, jeder Spieler das findet, was er braucht. Ihr entscheidet selbst und spielt das Spiel einfach so, wie es am besten zu euch passt. Perfekte Voraussetzung also für einen Spielstart in Anno 1800. Ach, und dass die Entwicklung des Spiels nun abgeschlossen ist und es sogar schon fünf Jahre auf dem Buckel hat, bringt noch einen weiteren positiven Aspekt mit, was mich zu Grundnummer 3 bringt. Allein die Tatsache, dass das Spiel schon fünf Jahre alt ist, bedeutet, dass neuere PC-Systeme, die ihr vielleicht in den letzten ein bis zwei Jahren erst gekauft habt, mit diesem Spiel deutlich besser klarkommen als ältere Systeme. Um Anno 1800 flüssig spielen zu können, brauche ich schon etwas leistungsfähigere Hardware. Und gerade ältere PCs kommen da deutlich schneller ins Stocken. Das Alter des Spiels bringt es jetzt aber mit sich, dass einige von euch vielleicht bessere PCs haben als noch zu Release-Zeiten. Und darüber hinaus wurde das Spiel über die gesamten fünf Jahre immer wieder optimiert. Es läuft also inzwischen insgesamt viel, viel runder, weil viele Kinderkrankheiten mit den Jahren rausgepatcht wurden. Ein weiteres nicht zu unterschätzendes Argument, vielleicht erst jetzt mit Anno 1800 anzufangen, ist, ihr seid nicht allein. Man muss sich nicht mehr in alles selbst reindenken und alles allein herausfinden. Es gibt unzählige Videos zu Anno 1800, eine riesige Zahl an Tutorials und Guides, aber auch unfassbar viele kleine Tipps zu DLCs, Mechaniken oder einzelnen Features stehen euch zur Verfügung. Man kann sich inzwischen alles wirklich gut erklären lassen. Ich allein habe auf meinem Kanal mehr als 40 Tutorial- und Guide-Videos zu vielen Aspekten des Spiels. Und hinzu kommen dann auch noch zig Kurztipp-Videos mit schnell erklärten, aber sehr wirksamen Hinweisen zum Spiel. Und ich bin natürlich nicht allein. Es gibt viele YouTuber, die solche Videos bereitstellen. Hilfe ist überall vorhanden, Überforderung und Hilflosigkeit sollte somit kein Angstfaktor mehr sein. Was mich gleich zu Grund Nummer 5 bringt, der Community. Diese hat nämlich noch mehr zu bieten. Durch grandiose Features wie der Stempelfunktion braucht man das Rad nicht immer neu zu erfinden. Sucht man nach guten Produktionslayouts, dann gibt es ganze Websites, welche passende Stempel bereitstellen. Diese kann man dann für das eigene Spiel nutzen, wenn einem das Puzzeln nicht so liegt. So unterstützt sich die Anno-Community gegenseitig und auch neue Spieler können davon direkt profitieren. So fällt der Einstieg deutlich leichter. Auch ich habe schon unzählige Stempel für die Community bereitgestellt. Von Produktions- über Startlayouts bis hin zu Spielstart- oder Schönbaustempeln. Natürlich findet ihr den Link direkt in der Videobeschreibung. Es sollte für jeden etwas Passendes dabei sein. Und meine Stempel dürfen immer gerne genutzt werden. Aber damit ist noch nicht Schluss. Die Community ist auch nach wie vor sehr aktiv. Es werden beispielsweise durch mich immer wieder Community-Projekte oder Community-Challenges veranstaltet, wo man sich mit einbringen kann. Diese Challenges tragen die Kreativität der Community in die Anno-Welt und bereichern auf diese Weise viele andere Spieler mit ihren fantastischen Ideen. Und wenn wir schon über fantastische Ideen sprechen, kommen wir zum Argument Nummer 6. Mods. Anno 1800 hat einen ausgesprochen guten Mod-Support und inzwischen sogar einen eigenen Mod-Browser im Hauptmenü implementiert. Hier findet man inzwischen viele hundert kleine und große Mods, welche das Spiel auf ganz unterschiedliche Arten verändern können. Manche steigern die ohnehin schon große Komplexität des Spiels, andere beseitigen nervige Mechaniken des Spiels, um es zugänglicher zu machen, wenn man bestimmte Aspekte vereinfacht haben will. Auch hier findet sich sicherlich etwas für jeden Geschmack. Und selbst absolute Mod-Gegner sind natürlich absolut frei, denn Mod-Nutzung ist ja keine Pflicht, sie ist rein optional. Und mein letztes Argument ist der Nachfolger von Anno 1800, nämlich Anno 117 Pax Romana. Der Entwickler hat seit der Ankündigung des Nachfolgers immer wieder betont, dass man extrem viel aus dem Werdegang von Anno 1800 gelernt hat. Anno 1800 war ein unglaublicher Erfolg für den Entwickler und dass es am Ende so viele Seasons gab, war ja auch dessen geschuldet, dass einfach viel richtig gelaufen ist und der Entwickler stärker mit der Community zusammengearbeitet hat als jemals zuvor. Ich glaube und hoffe, dass wir viele Features, die wir in Anno 1800 erst im Laufe der Jahre dazubekommen haben, wie die umfangreichen Statistiken oder solche Funktionen wie das Multi-Move-Tool oder die Stempelfunktion in Anno 117 direkt von Beginn an oder zumindest deutlich schneller haben werden, weil sie unfassbar viel Anklang bei der Community gefunden haben. Der Entwickler hat schon mehrfach in Interviews verkündet, dass der nächste Ableger viele gelungene Funktionen von Anno 1800 übernehmen und weiterentwickeln soll. Denn Ubisoft wird sicherlich bewusst sein, dass kein Anno-Spieler nach Anno 1800 wieder in die Bedienungssteinzeit zurück will. Diese Features sind allerdings auch allesamt komplett neu und wurden erst in Anno 1800 eingeführt. Wer also nur ältere Ableger des Spiels kennt und sich mit solchen Features schon ein wenig anfreunden möchte, der sollte die Zeit bis zum Release von Anno 117 Pax Romana tatsächlich nutzen. So kann man sich schon etwas warm spielen und vielleicht beim Release des Nachfolgers deutlich entspannter loslegen. Und ganz nebenbei steigert es natürlich auch noch die Vorfreude auf den Nachfolger. So, und das waren meine Gründe, jetzt mit Anno 1800 anzufangen, wenn ihr dieses grandiose Spiel noch nicht gespielt habt. Wer das Spiel hingegen schon lange kennt und für potenzielle Anfänger noch weitere Argumente hat, der darf sich gerne in den Kommentaren austoben. Solltet ihr Tutorials, Guides und Tipps zum Spiel benötigen, so abonniert doch gerne meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst. So bleibt ihr auch auf dem Laufenden, was Anno 117 anbelangt. Und jetzt bleiben mir nur noch zwei Dinge zu tun. Ganz viele liebe Grüße gehen zu euch raus und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln.